Ein gut gepflegtes 4-Zimmer-Reihen-Mitte-Haus ist hier zur Miete frei. Es liegt in Berlin-Mariendorf. Das Haus verfügt über einen Keller und einen Garagen-Packplatz. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 220 Quadratmetern weist das Haus. Die monatliche Kaltmiete des Objekts beläuft sich auf 1.300 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.